Wie kann man denn noch eine Quest annehmen? Und? Wie geht man hier raus? Tja, das weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich musst du einen Stein benutzen, aber ich sehe hier... Ach, teleportieren, da ist er sonst... Aber hier ist noch eine Quest. Und ein Raummob ist auch noch hier angeblich. Ach stimmt, eine Quest zum annehmen. Nebutos letztes Gefecht. Und wir haben in der Tasche so einen Cut-Gas-Signalgeber, das teleportiert einen nach Talavan. Mhm. Gehst du die Quest annehmen? Ja. Okay. Und dieser Überraummob, der ist halt auch noch da, ne? Weil ich glaube nicht, dass ich den wegkriege. Ist das draußen, die Quest? Ja. 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 Okay. Ha, keine Ahnung. Ah, ich hab den Weg Oh oh Okay Ich bin da drin Ich seh die Kräste auch nicht mehr Angeblich bin ich schon vorbeigelaufen Ja, ich war direkt runter, dann wird sie draußen wohl sein Obwohl, ne, der Nobodo, der ist ja hier Ich steh vor dem Aha, ich seh den auch, der kämpft noch Ja, bei mir kämpft der jetzt nicht mehr und ich kann aber auch keine Kräste nehmen Ja Okay Dann wird die wohl da draußen sein, ne? Probierst du jetzt den Arm ab? Äh, ne Gehst du jetzt raus? Nein Ich guck hier noch, wo diese Quest ist, aber eigentlich hab ich gar keinen Nerv hier weiter zu schauen, also Geh ich wohl doch zum Arm ab Ich denk nicht, dass ich ihn schaffe, weil da so viele andere davor sind Ich bin wieder zurückkönnen, ne 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 nicht leben. Ich habe ein paar gepult und bin aber dazu zu den NPCs zurückgegangen. Jetzt sind alle schon tot. Die Köter sind tot. Oh, da haben mich irgendwie angefreund. Ah, ich bin tot. Jetzt kommen noch mehr Köter. Ja, hier in der Nähe stehen nämlich NPCs, die da irgendwas verteidigen. Und ich habe die ganzen Köter gepullt und bin dann halt mal zurückgelaufen zu denen. Und die machen die platt. Und heilen mich. Jetzt stoppt es schon wieder los und haut ihm eins auf die Glocke. Ich bin außer Reichweite. Okay, hier kommt es. Oh je. Jetzt lau ich wieder zu den. Ich bin zu mir. Oh shit. Also ich kämpfe jetzt in der Nähe. Ja. Also ich kämpfe jetzt mit den Leuten hier. Die machen Tiere Schaden. Also das sieht man ganz gut. Aber rüberziehen dann, ne? Die Hallen ja auch zwischendurch. Und da haben wir hier. Du bist tot. 733er Kette drin. Oh. Und unsere Ressourcen und noch andere Kräfte. Ich bin gleich tot. Irgendwie. Oh je, das ist tot. Hast du es geschafft, ja? Ja. So, ich benutze mal Katkas Signalgeber jetzt. Oh je, ich benutze mal Katkas Signalgeber. Ich frage mich gerade, wird im PvP, wenn dann 109er reingeht, wird der, wenn die alle auf 109 skaliert werden? Oder kommen die nach, sagen wir 100, irgendwie. Das ist interessant, ne? Was? Wie das ist. Ich glaube, du kannst mit 101, äh, also, ich denke mal, 101 bis 109, die werden alle auf 109 skaliert. Mhm. So, es liegt viel vor uns. Teufelspirscher-Schultern, nämlich die du. Platziert das Herz des Nichts in eurer Ordensrolle. Lebt wohl, wir werden uns wiedersehen. So, die sind irgendwie die Schultern. Mhm. 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 Also, dieses Schmuckstück. Ja. Weiß ich nicht. Da hat es aber Gegenstand, guck mal, ich habe noch 660er, ne? Mhm. Aber wenn ich das anlege, dann verschwindet so oder so immer mehrere hundert Beweglichkeit und Crit oder Tempo, ne? Mhm. Dafür kriege ich 54 Vielseitigkeit. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich benötige. Ja, und, und, ähm, die Möglichkeit, dass hier das, äh, Ding pockt und das dann irgendwie 829, äh, Beweglichkeit oder, also Crit erhöht wird, ne? Mhm. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. Bist du schon? Ich habe das jetzt angelegt. Ich habe jetzt die andere Quest abgegeben. Also, bist du jetzt beim Dings oder was? Im Flugpunkt. Ich habe die Quest, die neben ist, noch nicht angenommen. Ähm, achso, ja. Ja, ja, ich nehme die jetzt an. Also, musst du mir? Mhm. Die Rache wird unser sein. Nimm Karla Teufelsseele, die Kriegslinge, die alte Rache. Okay. Was sieht das mal aus? Ja, die Frage ist jetzt, gehen wir erstmal, äh, abgeben? In unserer Ordenshalle oder machen wir das hier? Dann, komm, lass uns in die Ordenshalle gehen. Okay, einfach wieder runterzermennen. Mhm. Shit! Jetzt habe ich das auch mal probiert, was du noch mal machst mit dem Boosten, aber da unterbricht er das Fliegen. Ja, dann machst du, Peter. Ja, dann hab ich das einfach so aufgedrückt, ja. So, oder? Wo? Wo? Ja. Mhm. Erfolgsfortschritt, okay, gut. Also, das fertig hier. Mhm. Wo die anderen Katsch hätten. Äh, die andere Schöne, Kürz. Mhm. Die kann Katsch hätten. Mhm. 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 Sieht der geil aus. Lada, leho. Okay, fliegt. Die Fleder muss ich dich belohnt. Irgendwie eklig, aber wo wir richtig gehören. Wo? Schon wieder ein Szenario. Mhm. Deswegen wird ständig der Säulen-Bauser-Bauser-Bausiert. Mhm. Die Ohren nach vorne losen. Sie sind alle tot. Haben wir die schon hinabelt? Oder ist das okay? Ich dachte, sie ist ja so an so glühende Ketten. Zerstört die Legionsportale! Ich fürchte, ihr müsst alleine. Okay, da sind so lila Dinger, da gehst du nicht gegen. Ich stoße euch, sobald ich fahre. Ich dachte auch erst, die kann man einsammeln. Oh, shit. Oh, fuck the fuck. Ich bin jetzt schon gleich tot. Ey, die killen mich. Echt? Ja. Oh, fast. Ich wurde gerade noch gerettet hier von irgendwem. Mit Heilung und so, ne? Schnell, der Team kaputt macht mir. Verdammtes Wache im Ammer. Was für Verdammtes Wache, wo? Ich lege diese Schluck in Schock und was? Oh. Wie kommt jemand zu mir, Alter? Scheiße. Wie bin ich denn gelandet? Das ist zu weit entfernt. Das ist zu weit entfernt. Da kommen ja immer mehr von diesen ekelhaften Viechern, das nervt mir voll. Und die Tore gehen wenigstens schneller zu. Dann, ne, 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 ne. Ja, der will nicht gelandet. Reicht doch. Ja, du kannst das nicht angreifen. Mhm. Die Seelen wurden direkt aus dem Körper angerissen. Sie kennt ja mit einem deswegen ist das... und anmachen wie sie gott Bock hat ok die beiden ausschalten hier da ist so'n Gorgon Gorgonzoller Gorgonzoller alter und noch einer wir hab jetzt endlich mal ich hab tatsächlich mal wen hier verbannt n ich glaube ich so kennt sie nicht mehr wobei mit dem Köln gehört ist jetzt gestorben oder kommt das kommt hier für ein Gorgonzoller also was wir sind viel erinnert mich aus dem äh äh Wall of Drenor äh cinematic weil die Axt in den Kopf kommt ach das ist er ja auch äh sucht nach kreis wo ist das Schild, was ist denn? Wieso geht das nicht? Scheiße! Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Wieso geht das nicht? Scheiße! Wieso geht das nicht? Ja, aber die ist so. Oder muss man hier irgendwas benutzen? Ich bin nur so, meine Toll-Füßig durch Langeweile. Oh, da hinter sind welche. Ich krieg irgendwie Schaden, die Kunst zeigt. Die Katze ja selber öffnen. Oh, ich gemacht. Wie? Ja, warum klicken? Hm. Ich kann das nicht öffnen. Ich hab's aufgemacht, indem ich einfach aufgeklickt habe. Ich werde hier in der See in dieser Seite zu sehen. Was fällt mir eigentlich los? Ich bin außer Reichweite. Scheiße Also ich werde mal gleich sterben Was? Einfach auf den Eingang Joe, einfach auf den Eingang geklickt Und dann ist er auch gebrochen Ich sterbe gleich schon wieder Hast du es? Nein Gut Geht es jetzt? Nein Dann ist irgendwas falsch gegangen Ich weiß es nicht Ich kann es ja nicht sehen Ich weiß nicht, was da los ist Ja, ist ja geil, ich gucke Ich finde das schon immer was Aber du hast den fetten gekillt Ja, natürlich Ja Und dann haben wir beide anderen nachher auch nicht gemacht Und bin danach dann weiter zu dieser Ähm Zu dieser Höhle und hab auf den Eingang geklickt Die hat dann noch irgendwas gelabert Und dann hab ich auch geklickt Das war ja nimmst yet Es gibt gefühlt Also Ich kann das Wie eine Nicht jetzt. Bedienen sich weit größerer Macht. Und? Das geht nicht. Wir müssen wohl eventuell mal ein GM-Anschreiben untersuchen. Mit jeder Seele wächst meine Macht. Ich werde diese Welt beherrschen. Was sind da? Was ist das? Schhhh. Ich bin außer Reichweite, und wenn ich sie euren Verdamer hinterfasse. Ich bin außer Reichweite, und ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Gut gekämpft, doch Verstärkung der Legion ist bereits unterwegs. Wir müssen gehen. Ich fluchte aus. Ich habe diese Klingen bekommen. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Erlangt jedes Artefakt, dass wir auch klassisch verfügbar sind. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. und du wirst sie festhalten jetzt brauche ich diesen Erfolg nicht ja ich wusste bis eben nicht was das ist um um ich habe alles geopfert was habt ihr aufgegeben nur um 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 um